Deshalb reisen wir jetzt in den alpinen Handlungsraum, so quasi vom Metropolitanraum Zürich in die Sur Selva, zur ersten Stadt am Rhein, die Ilans Lyon vor 700 Jahren schon genannt wurde. Die Gemeindepräsidentin, Frau Dr. Carmelia Meissen, wird uns zwar nicht ins Mittelalter mit dem, sondern vielmehr eben aufzeigen, wie die heutige Gemeinde in den letzten Jahren aus der Fusion von 13 Gemeinden entstanden ist. Und vor allem, was uns ja interessiert, welche Rolle dabei die Raumentwicklung spielte. Frau Meissen ist Architektin und seit 2018 Gemeindepräsidentin von Ilans Lyon und gleichzeitig auch Grossrätin im Kanton Graubünden. Gut, ich übergebe das Wort an Frau Meissen. So, ja, vielen Dank für die Einführung und auch meinerseits herzlich willkommen bei uns, würde man sagen, wie in Jienzämmen. Wir sind in einer zweisprachigen Gemeinde mit Retoromanisch und Deutsch und es ist eine Gemeinde, die noch sehr jung ist, ich würde sagen, so im Vorschulalter. Sie ist 2014 aus der Fusion von 13 Gemeinden rund um die Stadt Ilans entstanden. Und dann, die Struktur ist so, wir haben eben ein städtisches Zentrum und städtisches bei uns dann bereits mit 2500 Einwohnern. Aber ein Regionalzentrum, das eben für die ganze Region Surselva, das ist der Raum zwischen Kur und dem Oberalppass Versorgungsleistungen übernimmt. Unsere Gemeinde, wie bereits gesagt, ist in einem jugendlichen Alter. Wir können eigentlich Gemeinde machen oder konstruieren, auf der grünen Wiese üben. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, aber auch eine sehr interessante und, glaube ich, auch immer historisch eigentlich einmalige Gelegenheit. Vielleicht, damit Sie eine Vorstellung haben, in welchen Größenordnungen wir uns befinden und vielleicht auch ein bisschen im Kontrast zum vorherigen Beispiel hier ein paar Kennzahlen zu unserer Gemeinde. Das ganze Gebiet ist etwa halb so groß wie der Kanton Zug. Das heißt, wir gehören nicht gerade flächenmäßig zu den grössten Gemeinden, aber mit 13 Siedlungskernen sind wir sehr dezentral organisiert. Das bedeutet den entsprechenden Aufwand für die Erhaltung der Infrastrukturen, der Verbindungen, der Erschließungsanlagen. Bei den finanziellen Mitteln deckt sich leider der Vergleich mit dem Kanton Zug dann etwas weniger. In den letzten sechs Jahren ging es darum, 13 Kulturen, 13 Vorstellungen, wie man Gemeinde führt, wie man Infrastrukturen pflegt, wie man öffentliche Dienste erfüllt, unter einen Hut zu bringen, sie zu harmonisieren, dort wo es eine Angleichung brauchte und dort die Differenzierung zuzulassen, wo sie eben wertvoll ist. Dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Eine derartige Großfusion ist ein Generationenprojekt und wir stecken da mittendrin. Wenn man in der Bevölkerung vielleicht manchmal nachfragt, dann ist nach den ersten Jahren der Euphorie oder Zuversicht vielleicht ein bisschen Ernüchterung eingetreten, viele Hoffnungen oder Wünsche, was alles besser werden könnte mit der Fusion, haben sich vielleicht nicht erfüllt. Ich glaube, eine Gemeindefusion bringt sehr viel, ist ein grosser Mehrwert, aber man muss auch ehrlich und realistisch sein. Eine Gemeindefusion kann nicht alles, alle Schwierigkeiten oder alle Probleme lösen. Also ein bisschen die ketzerische Frage, sind wir eine Gemeinde im freien Fall? Sie sehen hier im Bild die Fällung der grössten Fichte der Schweiz im Dezember 2018. Das war die Panera unterhalb von Blumen, ein Riesenbaum, der leider krank geworden ist und abgestorben ist und deshalb gefällt werden musste. Nach einer Phase des Aufbaus der Gemeinde in den ersten Jahren, als es darum ging, dass die Verwaltung funktionierte, dass die Organisationsstruktur der neuen Gemeinde gut funktionierte, die einzelnen Dienste wussten, was ihre Aufgabe ist in dieser dezentralen Struktur. Treten wir nur in eine Phase ein, in der wir eben auch Zeit und Raum haben, uns strategische Überlegungen zu machen. Wo soll die Reise dieser neuen Großgemeinde hingehen? Wo wollen wir in fünf oder zehn Jahren stehen? Und vielleicht aber am Anfang auch, wer sind wir denn überhaupt jetzt als neue Großgemeinde Ilansion? Jede der 13 ehemaligen Gemeinden, wir nennen sie Fraktionen, bringt eine eigene Identität, Kultur, Befindlichkeit hinein. Zum Teil ist diese Identität vielleicht in den letzten Jahren etwas zurückgegangen und es ist aber noch nicht eine neue Einheit entstanden. Und daran arbeiten wir jetzt und ich möchte Ihnen kurz zeigen, anhand dieses einfachen Schemas, woraus sich diese Arbeiten und Überlegungen zusammensetzt. Wir haben nicht unbedingt bewusst, das war in den Anfangsjahren schlicht und ergreifend keine Zeit dafür, einen aufwendigen Leitbildprozess zu initiieren. Aber mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass ein solcher vielleicht in dieser Situation der Repulsionsgemeinde gar nichts gebracht hätte. Und mit der Zeit und dem Erkennen der Bedürfnisse hat sich so ein Bild aus mehreren Puzzlesteinen zusammengefügt, die vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir diese Projekte vorangetrieben haben, eben doch ein gemeinsames Zielbild ergeben. Ein großer Meilenstein, hier oben links, war die Totalrevision der Ortsplanung und die Harmonisierung von 13 Baugesetzen. Da hatten wir am 9. Februar die Volksabstimmung, jetzt warten wir noch auf die Genehmigung der Regierung. Das war eigentlich eine Operation im offenen Herzen der Gemeinde. 13 Ortsplanungen in eine Ortsplanung zusammenführen, 13 Baugesetze in einem zu harmonisieren. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, der fast sieben Jahre gedauert hat. In diesem Prozess ging es fast ausschließlich eben um die Harmonisierung, um die Zusammenführung ohne große strategische Überlegungen, weil das hätte das Fuder dieses Projekts überladen. Aber wir können nun sagen, wir haben eine vereinheitlichte Grundlage, wo wir eben die weiteren Bausteine aufbauen können. Ein ganz wichtiger Baustein, auf den möchte ich später noch eingehen, ist dieses sogenannte kommunal-räumliche Leitbild. Das ist ein neues Instrument im Kanton Graubünden. Alle Gemeinden haben die Pflicht, ein solches kommunal-räumliches Leitbild zu erarbeiten. Wir stecken da mitten in diesem Prozess. Dann, aus dieser Heirat von 13 Gemeinden ist auch ein staatliches Immobilienportfolio zusammengekommen. Wir haben knapp 300 Liegenschaften im Besitz der Gemeinde und müssen uns dort jetzt auch überlegen, was mit diesen Liegenschaften passieren soll. Da hat es allerlei darunter das Rathaus, viele Schulhäuser, die noch genutzt werden, aber eben auch solche, die nicht mehr genutzt werden. Ehemalige Gemeindehäuser, Maiensäße, Alphütten etc. Und im Zusammenhang mit dem kommunal-räumlichen Leitbild stellen wir uns natürlich aus Sicht von als Liegenschaftenbesitzerin auch die Frage, wie es dort weitergehen können. Welche Liegenschaften brauchen wir für die eigentliche Verwaltung der Gemeinde? Welche Liegenschaften haben als Standort einen strategischen Wert für die Zukunft? Oder welche Liegenschaften können wir auch nutzen, um die gewünschte Entwicklung der Gemeinde voranzutreiben? Zum Beispiel vielleicht auch mit einer touristischen Inwertsetzung. Und deshalb wollen wir uns in der nächsten Zeit auch um ein Tourismusprofil kümmern, eine Plattform als Gemeinde bieten, um die touristischen Akteure einzubinden, anzuregen, eigene Produkte oder neue Produkte zu entwickeln, bestehende Angebote zu stärken, zu profilieren, zu bündeln, um so auch ein eigenes Profil als Gemeinde zu bekommen und im Einklang mit der Tourismusdestination. Dann, diese touristische Entwicklung ist etwas, was vor allem auch eben die kleinen Dörfer um das städtische Zentrum herum einbindet. Aber wie gesagt, wir haben auch ein Regionalzentrum, die Stadt Ilans. Da haben wir bereits vor einem Jahr einen Zentrumsentwicklungsprozess angeregt, zusammen mit der Tourismusorganisation und dem Handels- und Gewerbeverein Ilans in einem stark partizipativen Ansatz, wo wir uns die Frage stellen, wie können wir die Stadt Ilans als Regionalzentrum für die Zukunft fit machen? Da geht es vor allem um wirtschaftliche Fragen, Dienstleistungen, Detailhandel, aber als Aufgabe für die Gemeinde eben dann auch um öffentliche Infrastrukturen und auch um den öffentlichen Raum. Es wurde bereits das Programm Modellvorhaben des Bundes angesprochen. Auch da haben wir ein Projekt, Modellvorhaben, die Gesellschaft als Entwicklungsmotor. Das Modellvorhaben ist gerade jetzt, Anfang Juni, gestartet. Mit der ersten Phase in diesem Projekt geht es, möchten wir uns die Frage stellen, wie können wir die Zivilgesellschaft als zentraler Entwicklungsmotor in einem ländlichen Raum stärken und wie können wir dem Trend des Rückzugs der Menschen vom Öffentlichen ins Private etwas entgegensetzen, respektive, was sind die heutigen Bedürfnisse der Menschen, sich für gemeinsame Anliegen, für die Gemeinschaft zu engagieren und daraus dann modellhafte Projekte entwickeln. In diesem Netzwerk von strategischen Projekten bewegen wir und im Zentrum steht, wie gesagt, dieses kommunal-räumliche Leitbild. Eine der ersten Figuren, die wir in der Arbeitsgruppe für das kommunal-räumliche Leitbild entwickelt haben, war dieses Bild, die Viajón, ein Verbindungsweg, der alle 13 Fraktionen miteinander verknüpfen soll. Es ist in erster Linie eine Denkfigur, um das Zusammenwachsen der 13 Fraktionen anzuregen, zu fördern und an diesem Weg entlang auch zu sagen, es gibt auf diesem Weg in jeder Fraktion Perlen, die zur Identitätsstiftung beitragen und die wir in der kommenden Zeit herausschälen möchten und zu neuen, frischen Glanz bringen möchten. Aber vielleicht könnte diese Denkfigur auch Realität werden und man könnte tatsächlich auch ein touristisches Projekt daraus machen, sozusagen eine strategische Überlegung, um das Zusammenwachsen zu fördern, in die Realität umsetzen. Es geht darum, mit dieser Denkfigur auch den Stolz auf die eigenen Identitäten der einzelnen Dörfer zu stärken und diese lokalen Identitäten als wertvolle Ressource zu stärken, also zu stärken, die Vielfalt in dieser neuen, großen Einheit. Das ist ein Plan von einer Fraktion, der Fraktion Luven, dort wo auch diese grösste Fichte, ehemals grösste Fichte der Schweiz gestanden ist. Sie sehen auf diesem Plan eine der grössten Herausforderungen unserer Gemeinde. Wir gehören zu jenen zwei Drittel Gemeinden im Kanton Graubünden, die eine zu große Bauzone haben. Wir müssen unsere Bauzone in nächster Zukunft reduzieren. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, ein sehr schmerzhafter Prozess, weil das können Sie sich lebhaft vorstellen, dass die Grundeigentümer natürlich wenig Verständnis haben dafür. Das kommunalräumliche Leitbild hat unter anderem eben auch den Zweck, dass die Gemeinde aufzeigt, wo sie noch Entwicklung anstreben möchte und wo in welchen Gebieten eben dann aber Hankerung auch Auszuhung gemacht werden. Eine Pflicht, die wir zu erfüllen haben. Wir möchten mit unserem kommunalräumlichen Leitbild natürlich diese Pflichtaufgabe sinnvoll erfüllen, aber wir möchten eigentlich einen anderen Fokus setzen. Und das machen wir über, wir nennen das Richtprojekte. Wir möchten eigentlich auch das Interesse der Bevölkerung, der Grundeigentümer auf die Möglichkeiten richten. Im Moment im Kanton Graubünden, eben gerade in diesen Gemeinden, die ihr Bauland reduzieren möchten, wird Ortsplanung, Raumentwicklung vor allem als Bedrohung des Eigentums wahrgenommen. Wir möchten hier einen anderen Akzent setzen und innerhalb der bestehenden Regeln und Ordnungen eben doch auch Entwicklungspotenziale aufzeigen. Und das anhand von ganz konkreten, beispielhaften Interventionen, wie man mit den Möglichkeiten, mit den bestehenden umgehen könnte. Sie sehen hier zwei Situationen in zwei unterschiedlichen Fraktionen. In unserer Arbeitsgruppe hat man jetzt so beispielhafte Richtprojekte dafür erarbeitet. Das eine oben links ist ein öffentlicher Raum in Luven, der aufgewertet werden könnte, der zu einem Treffpunkt der Dorfgemeinschaft werden könnte, wo vielleicht auch gemeinsame Veranstaltungen stattfinden könnten. Und das als Anregung, als Impuls, dass wir in unserer ländlichen Region, die mit Abwanderung wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat, dass wir eben doch unsere Entwicklungsmöglichkeiten haben. Im Beispiel unten rechts sehen Sie ein Richtprojekt. Da geht es um die Verdichtung innerhalb des Dorfes, um aufzuzeigen, dass auch in einem bereits gebauten Dorf noch Möglichkeiten bestehen, um Neues zu schaffen. Es geht darum, die Lust der Bevölkerung von Grundeigentümern anzuregen, an der Entwicklung teilzunehmen und nicht in eine Passivität zurückzufallen, dass man bei uns eigentlich gar nichts mehr machen kann. Das ist eine Stimmung, die wir eben leider doch sehr stark spüren. Hier vielleicht ein anderes Beispiel. Wir haben geschaut mit diesen Richtprojekten, dass es zum einen in jeder Fraktion ein Richtprojekt gibt und dass diese Richtprojekte die relevanten Themen in unserem Raum abdecken. Hier sind wir in der Fraktion Seat. Die hat gleich neben dem Dorf gibt es da so eine parkähnliche Landschaft, die man noch weiter aufwerten und touristisch in Wert setzen könnte. Das wollen wir mit diesem Richtprojekt aufzeigen und anregen. Es sind dann zum Teil auch ganz konkrete, kleine Interventionen, wie hier diesen Straßenraum anders zu gestalten, etwas sorgsamer in die Landschaft einzuwetten und den Zugang zur Landschaft zu thematisieren. Wir wollen also mit diesem KRL sehr konkret werden, mit dem kommunalräumlichen Leitbild. Diese Richtprojekte konkret verorten. Wir arbeiten auch sehr stark ortsbaulich. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir im Gemeindevorstand zwei Architekten sind, dass wir auch ein solches Verständnis haben. Wir sind aber auch überzeugt, dass wir in dieser jetzigen Phase der Gemeinde, wo es um dieses Zusammenwachsen geht. Es geht darum, eine neue gemeinsame Perspektive zu entwickeln, mit so konkreten Inputs wirklich eine Diskussion auslösen können und einen Beitrag leisten können zu diesem Zusammenwachsen. Partizipation ist natürlich auch ein großes Thema. Wir wollen dann in einer nächsten Phase rausgehen, mit der Bevölkerung diskutieren und nicht einfach große öffentliche Veranstaltungen machen, sondern auch etwas zielgruppenspezifisch diskutieren. Ich stelle immer wieder fest beim Thema Raumentwicklung, dass das Thema nur ein bestimmtes Segment der Bevölkerung anspricht. Es besteht aus Grundeigentümern, es sind dann meistens Männer, es ist eine ältere Generation. Und ich denke, das ist schade. Die Bevölkerung ist viel heterogener und deshalb wollen wir in einer nächsten Phase dann vielleicht auch Workshops mit Jugendlichen machen, mit Vertretern von anderen Bevölkerungssegmenten. Auch zum Beispiel mit Zweitwohnungsbesitzern, die bei uns in der Gemeinde keine Mitsprache haben, aber doch auch sehr relevante Player sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick geben, wo unsere Gemeinde steht. Da geht es im Zusammenhang mit der räumlichen Strategie noch um ganz andere Fragestellungen. Wir haben diesen Ansatz gewählt und sind sehr gespannt, wie die Reise dieser noch jungen Gemeinde weitergeht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Garmelia Meissen, für diese spannenden Ausführungen. Wenn ich das so zusammenfassen könnte, könnte man auch sagen, dass die Fusion eigentlich diese regionale Sicht erst ermöglicht hat. Und das bringt mich zu einer Frage aus dem Publikum. Philipp Weber aus der Westschweiz wirft zu Recht auf, dass es kleine Gemeinden gibt, die nicht über spezialisierte Verwaltungen verfügen, die vielleicht einen Ortsplaner zur Seite haben und natürlich eine gewisse Abhängigkeit zu diesem aufweisen. Die Frage an dich, Garmelia, wie siehst du das? Wäre es eine Lösung, dass eben die kleinen Gemeinden auch solche Überlegungen, strategische Überlegungen vermehrt machen können, wenn man die regionale Ebene stärkt, ohne eben von Zwangsfusionen zu sprechen? Oder es bräuchte ja eine Stärkung auf der regionalen Ebene. Ja, das ist ein Weg, den ich mir vorstellen kann. Vielleicht gerade in unserer Region hat man doch einen anderen Weg gewählt. Die Region zur Selva, das ist ein Raum, der ungefähr so groß ist wie der Kanton Luzern mit etwa 23.000 Einwohnern, bestand vor zehn Jahren noch aus über 40 Gemeinden. Mittlerweile sind wir noch 15. Das waren aber alles Bottom-up-Prozesse. Also hier haben sich eben die kleinen Gemeinden tatsächlich so zusammengefunden, und zu grösseren Gemeinden, dass diese Planungsprozesse und die Zusammenarbeit mit Ortsplanern auf einer anderen Stufe stattfinden. Und ich, auch auf regionaler Ebene, sind wir noch daran, ein regionales Raumkonzept zu erarbeiten. Aber ich sehe auch, dass alle frisch fusionierten Gemeinden im Moment sehr stark konzentriert sind, die wir auch auf die kommunale Perspektive, weil die im Moment eben tatsächlich auch schon eine neue überkommunale Dimension bedeutet, die wir zuerst noch verdauen, aufarbeiten, plausibilisieren dürfen. Hat das in erster Linie auch mit den Rückzonungen zu tun, die gefordert werden, dass sich jede Gemeinde eben zuerst mal auf die kommunale Ebene konzentriert und was sie da für Hausaufgaben zu erledigen hat? Das ist bestimmt ein Punkt, aber ich glaube, nicht der wichtigste. Ich glaube, man muss sich auf dieser neuen kommunalen Ebene, die eben in vielen Gemeinden, die auf so einem kleinen regionalen Maßstab ist, auch zuerst einmal finden. Es gibt ganze Talschaften, die fusioniert haben. Und da muss man zuerst innerhalb des neuen Gemeindeperimeters irgendwo eine gemeinsame Ebene finden. Ich glaube eher, das ist der springende Punkt. Gut, vielen herzlichen Dank für diese Ausführungen aus der Surselva. Vielen Dank.